ich habe gearbeitet als maler häusern maler aber diese arbeitung manchmal macht mir ein wenig langweilig und dann ich habe gehabt auch leidenschaftlich ich war für mechaniker mechanische maschinen motorrad und so weiter und dann während ich habe gemacht meine arbeit ich habe auch erfindungen gemacht das idee ist mir gekommen wann ich habe begleitet zwei ein fahrrad bei werkstatt in dieser seite wir haben gereist mit zwei fahrrad und dann ich habe verstanden dass wenn ein werkzeug hat eine weitere grundlagen am boden das wird mehr ab mehr stabilisiert und sicherheit zuerst ich habe gedacht für ein sidecar aber und dann ich habe gedacht das wird besser mit zwei raden vorne und ein zurück also ich habe gedacht zwei rad verbindung mit ein parallelogramm ich habe probiert auf der straße und dann ich habe gedacht patentiert das patentiert ich habe geschrieben bei motorrad firma und habe nicht mich nicht antwortet gut nach 40 jahren ist war eine große leidenschaft dass ich habe gesehen meine erfindung verkehren zu durch die straße der doktor balestra hat mich gesehen in diese magazine magazine ich war viel leidenschaftlich weil wann der doktor balestra hat mich gerufen und hat mich gekennzeichnet meine idee eine kleine schade dass nach 20 jahren patent war nicht mehr gut gut liegt und das ist fertig so wie eine platonische liebe